ja servus leute herzlich willkommen zu meinem ersten tutorial was ich heute mache ich will euch zeigen wie ihr das instagram widget bei adobe news einfügen könnt ist ganz simpel dauert nicht lang deswegen fangen wir mal gleich an ihr müsst als allererstes auf die website snapwidget.com gehen da seht ihr dann ein stück weiter unten schon customize your widget hier könnt ihr alle einstellungen treffen was das widget angeht ich mache das ganze mal über meinen eigenen account genau bei hashtag könnt ihr die suche zum beispiel über ein hashtag machen da wird dann das feld von username leer gehalten könnt ihr dann also eins von beiden wählen bleibt euch überlassen beim widget typ da gibt es auch verschiedene zum beispiel grid board scrolling slideshow und map grid ist ein ganz normales gitter board ist so was wie ein schwarzes brett da werden eure bilder und videos angezeigt und darunter euer username plus die beschreibung was ihr unter das bild geschrieben habt scrolling ist was da werden die bilder horizontal angeordnet und ihr könnt es dann von links nach rechts scrollen die slideshow das ist ein bild eigentlich ein rechteck und da gehen die bilder dann eben wie in einer normalen slideshow durch und map das ist dann eine karte wo dann eure bilder angezeigt werden zum beispiel die geotech versehene und solche sachen ich benutze es nicht gefällt mir nicht aber muss jeder selbst entscheiden ich lasse jetzt mal grid eingestellt bei der thumbnail size dass die größe von den bildern da stelle ich jetzt mal 150 pixel ein müsst ihr auch immer selbst anpassen also wie gesagt ich mache das jetzt auch noch mal um es zu zeigen beim layout da könnt ihr dann einstellen wie viele bilder horizontal und vertikal angeordnet sein sollen ich lasse es jetzt mal so wie es ist bei photo border da könnt ihr dann einstellen ob ein rahmen um die bilder gemacht werden soll oder nicht das ist jetzt auch nicht gefällt mir nicht deswegen lasse ich setze genau background color das ist dann die hintergrundfarbe von dem widget wenn ihr es leer lasst dann hat es gar keine hintergrundfarbe wenn ihr aber in das feld hier reingeht öffnet sich das rechteck wo ihr eure hintergrundfarbe auswählen könnt ihr wollt ich lasse das jetzt auf ganz schwarz gefällt mir am besten bestätigen tut ihr über diesen farbkreis hier dann wird das ganze übernommen photo padding das ist dann der abstand von den einzelnen bildern zueinander ich lasse den meistens ganz klein zwischen zwei und drei sowas manchmal auch null je nachdem wie ich es brauche ich mache das erstmal auf zwei pixel beim hoover effekt das ist dann zum beispiel eure bilder sind dunkler und wenn ihr drauf geht werden sehr heller oder umgekehrt sie sind heller und wenn ihr mit dem cursor drauf geht werden sie dunkler ich mache das jetzt mal mit fade in und die sharing buttons das ist dann auf jedem bild werden dann kleine buttons noch angezeigt wo man es auf facebook und twitter teilen kann könnt ihr mit yes oder no bestätigen ob ihr es haben wollt oder nicht ich lasse es meistens drin aber sollt ihr selbst entscheiden nun habt ihr alles eingestellt geht es ihr auf preview da könnt ihr euch das ergebnis dann mal anschauen wie es auch später auf eurer website anschauen ausschauen soll tschuldigung das dauert immer ein bisschen zum laden aber jetzt ist fertig wie ihr seht wir haben hintergrund farbe schwarz eingestellt ist schwarz und jeweils drei bilder horizontal und vertikal plus fade in das heißt dann die bilder sind dunkler wie ihr seht und wenn ihr mit mauszeiger drüber geht es werden sehr heller das ist beim fade in genau das gegenteil da sind sehr heller und wenn ihr drüber geht es werden sehr dunkler genau falls euch das nicht gefällt dann geht es auf schließen und ändert es nochmal so wie euch das passt 120 pixel und ich will horizontal nur zwei bilder haben und den fotoabstand zueinander will ich bei null lassen hoover effekt gefällt mir lassen wir jetzt mal so und gehen noch mal auf preview dann geht es noch mal ein bisschen sollt gleich fertig geladen haben warten wir mal kurz ja das dauert immer ein bisschen wenn ihr viele sachen einstellt müsst ihr ein bisschen warten aber jetzt seht ihr schon wir haben nur zwei bilder horizontal wie ich das eingestellt habe und die bildgröße jeweils ist kleiner geworden habe ich hier noch mal geändert mir gefällt es jetzt so deswegen gehe ich auf schließen und direkt danach auf get widget wenn ihr darauf gegangen seid dann wird euch gleich der html code angezeigt den ihr einfügen müsst den kopiert ihr jetzt kopieren könnt ihr das fenster schließen und geht es danach in adobe news rein genau das war noch vom letzten versuch genau wenn ihr das dann habt auf der seite wo ihr das einfügen wollt geht ihr auf objekt und dann ganz unten html einfügen hier löscht ihr dann anschließend den text der noch drin ist und fügt euren html code ein den ihr von der snap widget seite bekommen habt danach geht sie auf ok dann lädt es ein bisschen genau jetzt seht ihr hier fügen sie hier ihren html code ein es kann manchmal passieren dass das nicht gleich funktioniert ist gar nicht unnormal ist bei mir eigentlich bei jedem mal dass es nicht gleich funktioniert deswegen löschen wir es noch mal gehen nochmal auf objekt und html einfügen löschen noch mal alles fügen noch mal den html code ein und gehen wieder auf ok und nun funktioniert ihr seht hier wieder genau die einstellungen die wir auch in der vorschau auf der website gesehen haben es bleibt alles gleich das könnte jetzt so einpassen wie ihr das möchtet und wenn ihr danach auf vorschau geht vorschau so wie es euch im browser dann angezeigt wird dann seht ihr schon dass das widget funktioniert und wenn jetzt neue bilder postet dann updatet sich das widget auch von selbst und die neuen bilder werden angezeigt genau ich hoffe das tutorial hat euch geholfen falls fragen gibt ab damit in die kommentare und ich versuche sie zu beantworten neue tutorials über andere widgets kommen natürlich auch jetzt die tage die wochen ja danke fürs zuhören und wieder schauen